König Charles hört nicht auf seine Ärzte und plant nach seiner gerade erst beendeten Reise schon wieder weitere Termine im Ausland. Sein medizinisches Team ist in Alarmbereitschaft. Gegen den Rat seiner Ärzte König Charles plant weitere Reisen Königin Kamilas, 77, und König Charles, 75. Auslandsreise nach Australien und Samoa hat ein wunderschönes Ende gefunden. Auf einem Foto am Strand der ozeanischen Insel strahlt das Königspaar fröhlich und wirkt total entspannt. Dass Charles für die Reise seine Krebsbehandlung unterbrochen hat, scheint keine negativen Auswirkungen auf seine Gesundheit zu haben, ganz im Gegenteil. Wie ein Sprecher des Palasts erklärt, habe der König den Trip mit seiner Frau wirklich geliebt und sei richtig aufgeblüht. In diesem Sinne war die Tournee trotz ihrer Anforderungen das perfekte Stärkungsmittel, so der Sprecher. Nach diesem Erfolg werden nun bereits weitere Ausflüge geplant. Wir arbeiten jetzt an einem vollständigen Übersee-Tournee-Programm für das nächste Jahr. Diese Pläne sorgen allerdings für Beunruhigung bei Charles' Ärzten. Seine Reise nach Australien und Samoa konnte er nur ruhigen Gewissens durchführen, weil sein medizinisches Team ihn begleitet und täglich durchgecheckt hat. Nach der Reise sollte der 75-Jährige sich eigentlich schonen, so die Absprache. Charles jedoch meint, er sei fit genug und will sich wieder voll und ganz in die Arbeit stürzen. Schon länger stellen sich Experten deshalb die Frage, ob Charles seine royalen Pflichten wichtiger sind als seine Gesundheit. Charles' Krebserkrankung steht Versöhnung mit Harry im Weg. Charles' Krebserkrankung soll auch ein Grund dafür sein, warum eine Versöhnung mit Prinz Harry, 40, vorerst in die Ferne gerückt ist. Selbst als der 40-Jährige in England war, kam es zu keinem Treffen. Charles' Team rät ihm von einer Aussprache mit seinem Sohn ab. Im Moment besteht das Gefühl, dass man den Stresspegel des Königs einfach niedrig halten müsse. Man will nicht, dass er sich zusätzliche Sorgen machen muss, erklärt Royal-Autor Robert Hartmann gegenüber Fox News. Ein klärendes Gespräch mit seinem Sohn sei aktuell einfach nicht der passende Zeitpunkt. Ob Charles das auch so sieht? Sobald er bereit ist, einen Schritt auf Harry zuzugehen, wird es wohl nur eine Frage der Zeit sein, bis er sich auch dieser Anordnung widersetzt. Sobald er hat er nicht, bis er sich auch dieser Anordnung widerset, ist es wohl auch dieser Anordnung widerset. Sobald er FORме ist, er ist wohl eine Art. Sobald er sich auch dieser Anordnung widerset. Sobald erfolge nach dem Hersteller des Königs ist, der eine Art. Sobald erfolgt hat er sich bei einem hohen, vor dem Hersteller eines Einsradikern zusammen. Sobald er sich vor allem in der Anordnung widerset, wo ich er sich mit etwas. Sobald er sich in der Zeitpunkt erいい, weil er sich die Zeitpunkt er profund zu sein,